Hallo und sehr ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tales of Zestiria. Ich muss noch ins richtige Fenster wechseln, dann kann ich auch steuern. Beim letzten Mal haben wir Heldalf bekämpft. Ich glaube, wir haben diese dumme Schlampe endlich gekillt. Und jetzt heißt es, geh nach Logreen. Wir können uns aber nicht nach Logreen paulieren. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber es scheint nichts Gutes zu sein. Not yet, breakthrough, burning shards. Burning red, springing blue, hell and tango. Scratch, stop Brigadrola of Flame. Not yet. Raid of War, and by the way. Crimson Cross. Not yet. Elixir, here goes. No escape. Scratch, stop, pillars of Flame. Sweet dreams. Right on. Glistering Bay, Azure Assault. Tower of Blood. Dancing Flames. Glistering Bay, Tower of Blood. Take on, everyone. Raid of War, no escape. Break on through. Er brennendes Missstück. Bomb. You act on instinct way too much. Oh, direkt Antragspapiere? Nee, Ausrüstung. Lol, okay. 200 plus. 150. Ja, bitteschön. Oh, und ich sollte vielleicht mal zwischendurch was essen. Alter, lass mich in Ruhe, du dummes Miststück. Hang on, everyone. Beans are extremely powerful. Vermillion Prezac, no escape. No escape. Wrecking Tiger Blade. Take this. Retreat for now. There. I need a hand. No escape. Lord of Fire. Crimson Flame. May it burn your soul. Flambears. Hang on, everyone. Burn away. Dancing Flames. Crouch. Not yet, all right. Right on. Scorched Valley. Blistering Bay. Binding Vortex. Tiger Blade. Shudder and fall to the Earth. It's over. Admin. Earth Lord. With the kind that you provide backup. Take them out. How's this? Eat the crap out of it. Shudder to lose. Assurance. Scrap Toss. Be gone. Rising Sand. Echo Shock. Be gone. Burning Red. Freezing Blue. Outer turn. Handbringer. All together. Scrap Toss. Be gone. Hang on, everyone. Come to my side. Rock Satellite. Take this. Rampaging Giant. What a formidable opponent. Meine Fresse. Let's prepare for our next battle. Ja, diese Fäden sind einfach nur richtig ätzende Gegner. Was habe ich eigentlich hier Unterstützungstalente? Was habe ich da aktuell aktiv? Okay, Savid hat Aktionspunkte zu. Gut. Come on, come on. Ja. I shall protect everyone! Burning red, freezing blue, hell and tango! Violent storm! Lightning tiger flame! We'll be gone! Resilient phase! Breakthrough! Purgatoria flame! Appear flames! Calamity! Sweet dreams! Lord of water! No escape! Breakthrough! Run away! Dancing flames! Crown fire! Not yet! Breakthrough! Burning shard! Appear flames! Calamity! Sweet dreams! Purifying flame! Let's get him! Bein by the flame, the powerful! Be on your guard! Be gone! Red and kill! Red and kill! Yeah! That did it! Ja, lass mich doch kämpfen, du blödes Miststück! You have to kill the crap out of it! Eat this! What a formidable opponent! Let's restore our health! Äh, ne, ich ja. So, was passiert hier im Seth Godmore? Beziehungsweise in low green! Beziehungsweise in low green! So, was ist denn lecker eigentlich? eigentlich das gibt es nicht irgendwie so sonderbombung oder so die ich etwa rein pfeifen kann sehr traurig welches level sie hat im vergleich zu uns anderen jetzt muss ich halt hier einmal durch dieses dusselige zefkotrennen vor allem so komplett ohne sinne verstand wir sind irgendwas interessantes blöp 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 ich denke wir sollten das das ist ja blöp 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 Können wir auch für mich durch die Gegend werfen. Weil zwischendurch schnell speichern. Was ist denn das da rechts für eine Konstruktion, wenn ich hier vor mir die Stadt bin? Ja. Was ist denn das? Ich bin froh, dass wir dich gefunden haben. Hast du etwas gelernt über Maltellus gelernt? Ich habe einen Brass-Tack gesehen. Ich habe nichts mehr, ich bin froh. Hör, Maven. Ich verstehe, dass das Tabu auf das Taboo verhindert. Aber Sarei ist der einzige Shepherr, die wir jetzt haben. Bitte, ich bitte ihm deine Macht, damit er seinen Weg ohne Regret zu gehen. Maven, du kannst sie wirklich hören? Hör? Was bist du? Storyteller, wir brauchen dich. Ich verstehe, also dieser Mann ist der aktuellen Storyteller des Zeit. Storyteller? Du musst wirklich in der Binde sein, diese Zeit, oder? Ich werde nicht sagen, dass wir nicht sind. Ich werde dir meine Macht geben. Aber du wissen, was das bedeutet, nicht wahr? Ja. Du bist ein Schmerz, Lass. Na, ich bin verloren. Was? Seriously. Lila, Maven. Kann jemand, bitte, erklären Sie, was passiert? Jetzt, warte mal. Du wirst, wie momentisch ist eine Entscheidung, dass du mich mit mir vorstest? Warte mal. Ist das Tabu, Lila erwähnt? Warte mal. Das stimmt. Aber als Explorer, ich gebe dir ein paar Tipps. Wenn es nicht alles weitergeht, die sinnvolle conclusie ist, dass du ein Stück in einem Ort verlierst. Also, relics sind nicht nur in Ruins gefunden. Erinnerst du das. Sie sprechen über die Erde in Historia? Es ist wahr, wir haben nur ein Stück und ein Stück aus diesen. Was ist das, was du wissen? Für jetzt, einfach search und信 in deine Hunches. Alles andere beginnt von da. Du nie kannst nie eine straight Antwort geben. Ich werde hier rumhängen. Komm zurück, wenn du in der Suche bist. Fertig, wir werden zurück. Vielen Dank, alter Mann. Joa, nee. Ist halt so. Sowas hasse ich in Spielen, so. Ich kann es euch noch nicht verraten. Ihr müsst es selbst herausfinden. Alter, rede mit mir. So. Das ist halt so richtig billig. Das sie dir etwas entgangen ist, ja. Blödes Arschloch. Also von der Frau gehört, die sie die Heiligen, die in den Häftlings tauscht, so südlich vom Seth Godmau ging, um ein Dorf zu gründen. Sie muss wirklich eine Heilige sein, wenn sie den ganzen langen Weg ins Nirgendwo auf sich genommen hat. Oder ist sie etwas anderes. A holy woman, eh? Terrifying. Terrifying? Why? A chased young shepherd boy wouldn't understand, would he? I... I guess not. Dann rät halt mit mir, du Arschloch. Rund, rund, rund. Trisoldehöhle. Ja, da war ich aber schon. Da oben ist noch irgendein violetter Stern. Also vielleicht nur ein Gerücht, aber angeblich kann Katz sich in echte Kotzen verwandeln. Zumindest habe ich dieses Gerücht vor langer Zeit mal gehört, aber keine Ahnung, es stimmt. Ach, du bist der Herrscher des Landes, stimmt. So, Kollege, was hast du? Agil, find anything interesting? Sure did, boss. Remember how you were looking for iris gems? Earth and Historia! Did you find one? We did, but we were a little late. Someone besides Sarei wants them? The guy that brought it is a priest who's studying archaeology. Archaeology? Is he studying ruins? I'm not really sure, but he has published several books. Oh, man, that's awesome! I'm interested in his writing. Could you try to stay on topic for once? And who's this researcher? As far as I know, he went to the Litworg Bearwoods near Plitzerback Wetland for some research. That's pretty dangerous. Though I do understand how he feels. I'm a bit worried. Let's go. Pass auf dich auf, wenn du mit diesem Forscher in den Richter, was Richwagwald folgt, ja. Das ist nicht gerade der sicherste Ort des Kontinents. Du bist ziemlich lange nach Süden gehen müssen, durch ein Zoom für deinem trügerischen Boden. Ich werde dir nicht geraten, das zu lassen, aber sei vorsichtig, ja. Wo ist eigentlich... Ah, hier, der Händler. Äh... Das ist halt alles ziemlicher Blödsinn. Aber, wisst du was? So, der ist die IP-Kunde. Und einmal Pleite. Was dann du und bei dir schreiben? Okay. Und auf zum Herrscher des Landes. Wobei, ich guck mal kurz in meine Ausrüstung. Ja, weil die Topaz-Stiefel sind zum Beispiel besser als meine. 40 hoch, 110 hoch, also 140, äh, 150 hoch und 140 runter. Hat sie sogar gelohnt. So, weg damit, weg damit. So, weg damit. Komm, irgendwas noch für... So, zack. Gaben einstellen. Äh, schade. Warte mal, gab's hier nicht irgendwo... Gab's hier irgendwo einen Speicherpunkt? Hier drin gab's einen irgendwo. Links rum, ne? Ah, ne, rechts direkt. Okay. Oh. Okay. You know about Maven, too? Well, you know. He just seemed like a storyteller to me. When I confronted him about it, it turned out my hunch was correct. That's all. He's pretty well known as a storyteller, especially among Seraphim who have been around for a while. You could have told us about it, you know. Well, it's also a taboo. Ja, oder ist das einfach nur ein Blödsinn, der Plotpoint? So, äh, oh. Hier im Pedrago gibt es auch noch was. Ah, wir sind fast am Ende der Folge und ich muss gleich mal was essen. Deswegen esse ich was. Warum hat sie... Rose, ist die Injurie, die du von ihm bekommst, beginnt zu schmerzen? Oh, nein, ich bin total okay. Es ist einfach so schmerzhaft für mich zu schmerzen, wenn ich mich so schmerzen bin. Nein, was wirklich schmerzhaft ist, dass er so etwas tun würde, ohne Hesitanz zu schmerzen. Und plus... Simone's Reaktion. Ja. Sie Illusionen sind wirklich etwas. Sie sind ziemlich ungewöhnliche, aber es gibt sogar etwas anderes über sie. Du meinst, wie sie nicht beeinflusst von Malevolenz? Ja. Ja. Oder eher, wie sie tief in ihn glaubt, von dem Boden von ihrem Herz. Aber wie kann sie nicht? Wenn sie schmerzt hat, sie schmerzt hat. Wie kann sie so glauben? Omi-Shi weiß die Antwort. Aber Simone hat sich ein Serif gehalten, während der Wille von Heldolfe. Das ist wahr. Also, was wirklich gefährlich ist, wie sie eigentlich ist. Das ist ziemlich ironisch. Ja. Ja. Mir egal, wie rein sie angeblich ist, ich will die Schlampe tot sehen. Ich bedanke mich mal wieder ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und tschau tschau. Bis dann und tschau.